Oh, da hab ich wieder einen Ebenholz, ne? Gut. Hi Leute, da sind wir wieder zurück bei Dead Space. Und ja, letzte Aufnahmesession haben wir ja ordentlich auf die Schnauze bekommen. Deswegen versuchen wir jetzt das gleiche noch einmal. Nur ein bisschen gescheiter anzustellen. Da ich ja noch ein bisschen Ahnung habe, darf das jetzt hoffentlich nicht so schiefgehen. Was ich sicher aber leider nicht. Und gleich zum Beginn, die Aufnahmesession wird nicht so lange heute, da ich leider morgen noch geschäftlich wieder weg muss. Und deshalb... Nur kurz Zeit habe... Erstmal mitten in die Fresse reißen einfach, ne? Das ist ein cooler Morgengruß. Jep, so. Ich durche wusste was. Gleich drauf schießen sollen. Ja, aber alles keine Energie für meine Waffe. Nein. Leider nicht. Ja, ich muss wieder geschäftlich weg. Deswegen gibt es heute nur eine kurze Aufnahmesession, weil ich das Zeug auch noch ändern muss. Und das auch wieder hochladen. Damit ich... Ja, euch einen weiteren geilen Scheiß... Äh... Geilen Scheiß... Ähm... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Präsentieren kann. Genau. So. Das ist nachgeladen. 3. Nachladen. Ist auch voll. Und noch Flammenwerfer. Hab ich da auch ein bisschen was zum Nachladen? Nein. Gut, dann gehen wir hier hin. Und wir gehen weiter. Ja, letztes Mal haben wir hier richtig auf die Fresse bekommen hart. Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen auf... Von so einem richtig fetten Viech. Die könnten gefährlich sein. Und deswegen also mit dieses Mal dieses zu besiegen. Das mal Energie. Das ist mal ganz cool. Guter Anfang. Schon schon. Oh. Dann hat es aber ordentlich zerhackelt. Da bin ich nicht unbedingt reinlaufen müssen. Oh oh. Ja, komm hier. Komm hier. Komm schon. Komm, komm hier rum. Schön da durch. Na gut. Schön zerhackt. Und... Ich trenne mir erstmal den Rücken ab. Kommst du oder kommst du nicht? Ja, komm her. Oh, da schießt Raketen. Soll wir auch noch nicht. Und er ist gar nicht mal so dumm. Aber es ist leider auch down. Er war nicht zu dumm, aber auch nicht intelligent. Noch mal schön reingelotzt. Waffe ist fertig. Nein, die will ich nicht, die hier. Nachladen. Geht noch ein bisschen was rein. Geht nichts mehr rein. Und jetzt kommt, glaube ich, gleich der Fette. Ne, jetzt kommen noch mal zwei Zwillinge. Jetzt kommen noch mal zwei Zwillinge kommen. Aber... Ja gut, der ist weit weg. Der macht jetzt den Fängkummer. Die Zwillinge machen jetzt gleich mehr Kummer. Hier die zwei. Und deswegen mach ich erstmal Fluch. So, da vorne ist er. Oh, da hab ich wieder einen eben heute. Gut. Oh, ah. Fuck. Where sind sie? Ah, da sind die Zwillinge. Stirret. Das sollst du hier nicht einmal reinsetzen. Oh Guts. Man, die sind gar nicht mal so blöde Feinde. sie kann mal so behindert sind wir haben noch 70 für die reichnachtiger hat immer noch zum nachladen medik das ist nicht ganz verkehrt das zu benutzen hat noch 57 schossen also bitte das war knapp nein das würde ich jetzt nicht noch mal machen müssen die tülle tüte bin ich nur wacht geld auf auch ein neues plasm energie und tschüss das überlebst du nicht ich denke hier durchlocken könnte wäre es auch nicht ganz verkehrt aber er ist nicht ganz so behindert wo kommst du denn her wirst du nicht in das komische ding gehen hat mich wieder ein haufen energie kostet brennstoffzelle habe ich noch kein schuss mehr würde nämlich jetzt doch über die drei da habe ich noch munition soll ja ich nügen kann warum kommt der zwilling jetzt schon gut das spiel ist nicht immer gleich aufgebaut ist okay aber wir müssten jetzt auch noch mal zwei zwillinge kommen die falle locken man oder ist doch behindert geht man schon wieder auf den sack dass man das schon wieder auf den sack geht auf ein neues und gas geht so wenn ich mich so dumm anstellen würde bräuchte es nicht noch mal machen also gott zwilling bist du zwilling oder hier und tschüss da war der erste was auch man scheiß treten immer da und tschüss ein arm weg so ruhe im karton da drüben ist ja furchtbar mieses geschrei so da wieder rein ich diesmal och man was ist denn da ich bin doch nicht mal in der nähe gewesen klappt man das jetzt ist doch jetzt echt pech es ist echt pech ist es ist keine absicht leute echt keine absicht ist echt pech so jetzt wieder anlocken aber und tschüss der ist immer so dumm bei dem nächsten komm schon lauf rein lauf in den blazer du sollst in den laser reinlaufen gehst du drauf nein guck mal jetzt brauchst du wieder 10.000 schuss und eben brauchst du nur zwei schuss ist doch so jetzt die dreierwaffe nämlich lauf jetzt nicht zurück um die zwillinge da rein zu locken ich mache sie gleich da vorne bleibt weil es hier nachts auch der fette kommt und den will ich jetzt auch nicht umlösen so einer ist da und meine maus das ist ja furchtbar wie meine maus leckt gerade na nein ist mir jetzt wurst plasma energie 1 und nachladen ach so ich finde mein stas steuerung und f nein alt f rechts und f genau so sag ich doch weiß es doch sogar wie es letztes mal waren jetzt kommt der dicke das nehme ich mir die zweier mit den minen weil der dicke mir gleich ordentlich die in die parade fährt wenn ich nicht auf ja da kommt er nämlich schon aber wenn das jetzt nochmal kommt dann hatte ich die folge weil ich will das euch nicht noch einmal antonnen habt ihr in der letzten folge schon gesehen meinst du gar� das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja Untertitelung des ZDF, 2020